Hallo, willkommen zurück meine lieben Freunde, ich bin's, euer lieber Odo und wir sind zurück mit Österreich und direkt eurer 3. Und wir verlieren gerade den Sitz-Krieg gegen Polen. Was absolut irre ist, weil wir sind die stärkeren und haben die größere Armee. Wir haben die besser ausgebildete Armee und trotzdem verlieren wir. Oh, das ist interessant. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das Kapitulieren Nach welchem System funktioniert das jetzt? Ich mein... Oh, Bayern möchte in die Customs Union. Ah ja, in einem Moment war es noch Katastrophe alles und im nächsten Moment ist es schon wieder super happy bad. Könnte es sein, dass uns jetzt jeder unterstützt. Wir haben 23 von 30, die Kontrolle. Alle mögen uns. Ich fasse es nicht. Die gute Worte der Revolution. Okay, proponents of liberal reforms are looking to spread their ideas to our neighboring countries. What we are, they will be. This contagion must be contained. Ah ja, was soll's. Wir brauchen, wir brauchen Gruppen, die uns nicht umbringen. Vorlauter Hass auf uns. Unfassbar. Die Intellektuellen mögen uns zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Ich glaube, wir brauchen das Spiel. Die Kleinbürger mögen uns. Ich fasse es nicht. Die Schwung hätte uns beinahe umgebracht. Die Schweiz möchte auch ein Trade Agreement. Na okay. Two Arms. Na gut. Das, zumindest das sollte jetzt kein Problem darstellen. Oh, passt. Dann werden wir Deutschland grün. Da komme ich was vor. Damit ich mehr Leute habe, die ich in den Kampf gegen irgendjemanden schicken kann. Außerdem muss ich meinen BIP erhöhen. Boah, bist du irre. Wir sind so weit von diesem Ziel entfernt. In diesem Economic Dominance Sache. Okay. Desperate measures. Concerns about the well-being of Kaiser Franz Josef. Increased throughout the country after the bla 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 bla. Ja, ja, ja. Er ist also krank. Ich meine, der Mann ist auch schon 70. Es ist 92. Eigentlich hat er Binger gelebt. Naja gut. Nonsense. A real doctor should treat him with proper weapons. Es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Ein Experimental-Treatment hat sich geöffnet. Es wurde von der Philosophie. Na, schauen. Dann machen wir das doch klar. Wir werden keine Presidential Republic. Da gebe ich mich mit den Händen um zu wehren. Der Kaiser ist noch immer... So. Uff. Market. Wie schaut's aus? Wir brauchen Strom und Kleidung. Und Holz geht um. Wie geht aus? Schauen wir mal. Was hat Russland gebraucht? Was hat denn da noch was? Aus Bremen. Mal versuchen aus Bremen. Das ist zwar viel zu wenig. Aber was soll's? Ähm. muss es gut ist aber auch genug holz das ist zwar alles lächerlich engels aus der schweiz acht ganze welt produziert wir scheinen das im blick zu haben ich hätte den krieg einfach weitermachen sollen in der zwischenzeit das war doof von mir ok luxusgüter interessanterweise das ist eine feine art wir sind so viele feine art die importieren mein computer hinüber nicht wirklich okay aber wir haben statt nein auch früchte ok wir haben heute irgendwo des krafts noch mal Ich glaub schnapp, mehr ist genug. Ich jetzt, Acker. Schon wieder. Schon wieder? Die meine Leute demobilisieren. Das geht nicht, wenn du so gut machst. Kötzendorf. Töter. Okay, the radical liberal recurrence in parts of your Hungary are causing local revolutionary activity. It could happen anywhere. It could happen anywhere. Warum sollten wir Wien nehmen? Mit dem. Oh, die ist jetzt nicht mobilis. Das find ich aber nett. Gut. Passt. Und wieder. Und wieder. Auf schon wieder. Eine. Aufstand. Na super. Ganz. So. Aber sobald wird das. Sobald die Kommunisten sind. Wind. Wie ist jetzt. Ich bin jetzt. Ich werde hoffentlich bald kalzer im Build. immerhin haben wir schon 1903 so proportional tics Unter die ist das immer gut, das wollen wir vielleicht eh auch haben. Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas? Spinn's ihr Russland? Das ist hoffentlich nicht euer Ehr. Gebt bitte. Und jetzt ist noch ihm so ein Idiot. Okay, wisst ihr was, Russen? Ich wollte ganz gerne Deutschland vereinigen, aber diese Idioten schaffen wir nicht. Einen Augenblick ohne irgendwas zu bleiben. Okay. 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 Wieso nicht? Okay, warte mal, du bist ein Verteidiger. Du gehst bitte. Albrecht, nein, Edmund, so welche schon, nur die da unten haben wir keine, gut, dann gehst du bitte an die. Wir machen das folgendermaßen, wir werden jetzt neun. Wieso nicht? Werden wir alle gleich joinen? Das war's. Geschafft. So. Gut. Das sind die Österreich-Ungarn, die Deutschland sind, das ist ja cool. Da steht noch nicht mehr Österreich. Okay, wir haben da eine andere Farbe. Ein Haufen Miniländer, die sich so nicht bereit erklärt haben und im Krieg teilzunehmen. Okay, und wisst ihr was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir in diesen Krieg. Also nein, nicht in den Krieg. Können wir ein AdWalken machen? Nein, wieso nicht? Ich würde mich ganz gerne Mimmel zurücknehmen. Zurück erobern. So. Das war mal das Erste. Wir machen folgendes. Wir brauchen... Generäle nehme ich mal an. Wow. Das ist aber einfach... Ein Head. So. Ich brauche nämlich nur einen. Okay. Die... Ja. Oh. Und du wirst gleich ein Mal... Promote. Ja, Mann. Du bist nihilist. regarding the list. So. Dann brauchen wir... Fürs polnische Headquarter? Interessanter habe ich gedacht. Also dürfte ich auch meine eigenen Generäle verloren haben. Na gut, dann nehme ich zwei. Fürs polnische Headquarter. Nur Armed Forces. Oh, da noch immer der Opium Addict. Okay, ich nehme mal die. Und noch einen zweiten. Landowners. Na bitte, du bist ja gar nicht recht. 42 und 42. Beide sind okay, aber die können so bleiben. Gut, dann haben wir für North Germany noch Generäle. Und zwar noch einmal. Und Pechmann. Ach. Oh, Experten. Und Kot. Der Lüge. So. Dann den zweiten. Cool. Defensive. Ich werde wieder ausprobieren. So, dann. Du wirst Promoted. Und du wirst Promoted. und noch ein zweites mal und du auch noch ein zweites mal so und dann haben wir zwei Typen die dafür verantwortlich sind da haben wir Typen die dafür verantwortlich sind gut und jetzt schauen wir mal was wir noch haben wir haben hier Sack, Brandenburg, Posen, Westpreußen, Ostpreußen, Pommern, Huff, lauter neue Gebiete, Rheinland, Hessen, Württberg, Baden, Bayern, Franken ok nochmal das an so das ist jetzt natürlich stark gestiegen na bitte, wir könnten das ja doch nicht laufen ok wir sollten vielleicht mal ein, zwei Runden laufen lassen um zu schauen was uns fehlt und was wir haben so also Strom ist noch euerste ähm Engines und Eisen Eisen können wir schnell machen wir machen einfach mehr Essen wieder wir machen einfach mehr Essen wieder in Westfalen in Westfalen in Westfalen in Bayern außerdem äh müssen ah das mache ich immer zu so was brauchen wir noch Hardwood da brauchen wir nicht wirklich was so schauen wir mal wo haben wir denn die Schleswig-Hand dann nochmal vier werken Schleswig-Holstand dazu Shipyards hier braucht ein bisschen Steamschips und Militärische building und das bietet oh Gott ich hab alles geboren zurecht das auch erhalten können wahrscheinlich eher nicht so Markets ähm Gumm neja gut Gummikum war wahrscheinlich nur weiter importieren von 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 dem Möbel und Kleidung und Kleidung Kleidung und Kleidung von 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 momentan umgang noch ein paar möbel ich möchte die kül schauen wir mal ok da werden wir jetzt Ah egal. So, was machen wir noch? Wir machen... Wir lassen das jetzt mal. Ich mache zuerst mal Folgendes. Wir mobilisieren Leute. Und zwar dich. Diese Front. Und so verteilt. Und da machen wir noch einen. Für diese Front hier. Du wirst hier treffen. So. Und... Ich glaube das war jetzt. Ich werde jetzt meine Gebäuden vermodeln. Und das nächste Mal werden wir uns einen kleinen Krieg mit Russland. Wenn sie so wollen. Kaiser Intervene in Political Process. Oh, der Kaiser ist dafür. Das finde ich aber gut. Der Kaiser ist dafür. Das finde ich aber gut. Der Kaiser will be done. Die Intellektuellen mögen das nicht, wenn der Kaiser eingreift. Und zwar ist der Kaiser against it. Who do more harm than good? Nein. Nein. Intellektuelle, ihr könnt mich gern haben. Ich werde das sicher nicht anfangen. Achso, warte mal. Das hat die Enactment Time, glaube ich, geändert. Kann das sein? Na gut. Na gut. Okay. An dieser Stelle, meine Damen. Meine Herren. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Tschüss.